Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Death Inc. Wir sind immer noch in unserer Company Don't Take This und wir haben eine neue Nachricht. Some general genres and battle with others during your game releases will unlock this knowledge over time. Gut, es ist ein Puzzle angesagt und ich hoffe, dass wir ein Puzzle machen können. Und wie nennen wir unser Puzzle Game? Untertitelung des ZDF, 2020 Ich würde sagen, ich kaufe mir mal für 10.000 meine neue Lizenz. Und dann textbasierend auf jeden Fall. Gut. Mal gucken, wie das jetzt bei unseren Fans ankommt. Wir haben immerhin schon 75 Stück. Mal gucken, wie das jetzt bei unseren Fans ankommt. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nope. Benutzen wir nicht. Wir werden nicht pleite gehen. Auf keinen Fall. BAM! Wieder vollkommen abgesagt. Game release. Interactive with items has been released. Sales with come weekly until the game is removed from the market. Sell with repeat on the current market situation included. Opening week. Greatness. Your recently released game just make over 5000 in the first week. Hype game, 10 coins, blah, 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 okay. No. No, 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 no. Vielen Dank. Aha, Level Up können wir kaufen, okay. Quick Learner, cool, Quick Study, Strong Coffee. Okay, Item Shop, Fast Engine, Console Engine, okay. Okay. Achso. Okay. 12.000. Krass. Krass. Das ist schon krass. Oh, das wollte ich nicht. Close? Ja. New, ja. Genau, 12.000 haben wir jetzt Plus gemacht. Ich wollte aber das eine Office Upgrade noch kaufen. Damit wir das eine auf jeden Fall noch haben. Okay, erst wenn wir in 82 sind, kommen die nächsten Upgrades. Jetzt sind wir in 81. Study Time. Be sure to study each game and your release. This will give you important data that will help with future development. Some data you many acquire included important technologies for insane topics, gaming platforms, strengths and weaknesses. Which type of points are most important for your current projects? Okay. Study. 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 Fangen wir mit unserem ersten Game an. Film zu Funny-Rampår. No Info. No new information can be found regarding the topic rapid shift. Okay, dann starte ich hier. New Topic Info New information will now be shown while creating a game with the primary topic artillery. Nice. Und dann noch das letzte. Study. No info. Okay. Good. 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 Okay. Okay. Ja, Tanzsimulation, würde ich sagen. Simulation und dann hier das auf jeden Fall, nehmen wir das mal wieder. A vacation, your worker is glowing red, this means they require vacation. Send your worker on a vacation by left-clicking, then while there are idle and selecting vacation options left-clicking. Aber left-clicking funktioniert nicht. Okay. 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 Adult Content? No, thanks. Hier gibt es kein Adult Content. Ich drücke Left, da heißt es auch Links. 6, 7, 9, 6. Ja, ist okay. Kann ich mit leben. Research, manage. Manage. Vacation. Game Release. Dance Like a Tiger has been released. Sell with the comments weekly until the game is removed from the market. Sell with the... We have 142 Fans. Okay. 11. 11. 12. 13. 15. Vielen Dank. Next puzzle game, äh, interact with items to, ne? Aber Moment, das machen wir glaube ich in der nächsten Folge, dann kommt Teil 2. Und die schild jetzt auf ihre Base-Star oder was? Auf der Marke, hat 5.958 eingenommen, hat live, äh, Wochen auf dem Markt. Ja, und ich würde sagen, das war es dann auch wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Vielen Dank.